Das Problem mit Factory Functions in JavaScript. Hm, was ist denn überhaupt eine Factory Function und was gibt es denn da jetzt für ein Problem? Ich habe hier mal ein einfaches Beispiel zusammengeschrieben. Eine Factory Function ist im Prinzip nur eine Funktion, welche ein Objekt zurückgibt, ja, mit Key Value Pairs, wo einfach Werte angegeben sein können oder Funktionen, wie zum Beispiel diese Hello Funktion, ja, und mit Hilfe dieser Factory Functions kann man jetzt hier Objekte erstellen, ja, zum Beispiel dieses Obst hier, Banane, Kiwi, Orange und jedes Objekt kann dann diese Funktion Hello jetzt in dem Sinne verwenden, was hier eine Ausgabe auf der Konsole macht. Okay, testen wir mal, ja, ich fülle mal das Terminal aus, sag hier Node, App.js, ja, und jetzt bekomme ich hier jeweils dreimal die Ausgabe, äh, hallo, ich bin eine Banane, eine Kiwi und eine Orange. Funktioniert soweit super. Äh, das kannst du natürlich auch, äh, machen, ähm, im Browser, dann hast du das auf der Browser-Konsole, ja. Was gibt es denn jetzt hier für ein Problem mit diesen Factory Functions? Und zwar, wenn ich mir jetzt mal diese Objekte hier ausgebe mit Console.log, ja, dann wird einem das erstmal bewusst, ja, zum Beispiel hier Banane, ja. Dann haben wir noch die Kiwi und die Orange, ja. Und wenn ich jetzt mal noch den Terminal ausgebe hier, oder die Ausgabe auf dem Terminal mache, dann siehst du hier, äh, die Ausgabe der drei Objekte. Einmal hier, äh, den Wert, Name jeweils, das ist soweit okay, ja. Aber guck mal, hier haben wir jetzt dreimal im Prinzip dieselbe Hello-Funktion. Und jetzt stell dir mal vor, du hast jetzt tausende Objekte, ja. Das knallt dir den Speicher voll, ja. Ja, auch stell dir vor, du hast da nicht nur eine Funktion, sondern mehrere. Und die gibt es dann wirklich tausendfach im Speicher, ja. Die eigentlich immer dasselbe macht. Und das ist Mist, ja. Wie können wir jetzt das Problem überhaupt beheben, ja. Oder, äh, was können wir da jetzt machen im Prinzip, ja. Einerseits könntest du jetzt hier dahergehen und sagen, okay, du brauchst jetzt hier in diesem Objekt nicht alles, ja. Du könntest dir dieses, äh, äh, Value jetzt mal hier auslagern zum Beispiel, ja. Dass du das nicht mit zurückgibst, sondern hier zum Beispiel, hier, äh, einen Wert setzt, Name mit diesem Value, was hier übergeben wird, ja. Dann bräuchtest du das hier nicht in diesem Objekt. Und den Namen könntest du dann hier verwenden in der Funktion. Wäre eine Möglichkeit. Du hättest hier auch dann Gelegenheit, ein bisschen was mit dem Wert noch zu machen, ja. Irgendwie was abzuändern oder so, ja. Ich belasse es mal jetzt dabei. Ja, da könntest du dieses Objekt an sich erst mal minimieren, indem du, äh, Werte oder auch Funktionen, die du hier nicht nach außen geben willst, ja, dir hier einsparst, ja, in dem Sinne. Und wenn wir das jetzt mal ausführen nochmal, dann sehen wir hier, dass das Objekt an sich schon mal kleiner geworden ist. Behebt aber nicht das grundsätzliche Problem, weil die Funktion Hello ist ja immer noch dreimal vorhanden, ja. Ein und dieselbe. Und was kann man da jetzt hier machen? Ich, ich, tu das mal hier auskommentieren oder ich kommentiere das mal aus, ja. Äh, das hier unten lasse ich mal, ja, diese, äh, drei, äh, Objekte, die ich hier erstelle und die, äh, Funktionen, die ich immer aufrufe. Also, wir, äh, wir machen es mal anders. Und zwar gibt es da noch eine andere Möglichkeit. Wir können uns zum Beispiel eine Konstante erstellen, ja, von, so eine Frucht, ja. Und können hier, äh, so eine Funktion erstellen. Das geht nämlich auch. Übergebe hier den Namen. Und hier könnte ich zum Beispiel mit this, ja, this verweist hier dann immer auf das Objekt, welches hier, ich hier raus dann erstelle, zum Beispiel Banana, Kiwi oder Orange, ja. Das verweist immer auf das Objekt. Du könntest hier dann auch, äh, äh, Properties erstellen. Und kannst hier den Wert übergeben, den du hier über diese Funktion erhältst, ja. Du kannst aber auch so, äh, Funktionen anlegen. Das geht auch. Ja, das ist ja eine Funktion. Und die soll im Prinzip dasselbe machen, was ich hier oben mache. Das kopiere ich mir da mal, ja. Auf der Konsole hier, äh, Hallo zu sagen. Ja, und hier gebe ich hier nicht einen Namen an, sondern this. Also, ich will das Property von dem Objekt haben. In dem Fall, ja. Wenn ich das aber so schreibe, muss ich jetzt hier mit dem Keyword new arbeiten, ja. Es wird direkt eine neue Instanz aus dieser Funktion erstellt. Ein neues Objekt. Und wenn ich das jetzt mal mache hier auf der Konsole. Ich cleare das mal. Führe das nochmal aus. Habe ich dasselbe. Hier hast du jetzt aber die Möglichkeit, ja. Ja, zu sagen, du legst diese Funktion hier nicht, äh, als Property an, von diesem Objekt, ja. Du sagst hier, ich tu das mal auskommentieren, das Ganze, ja. Jedes Objekt, äh, hat die Möglichkeit, eine sogenannte Prototype, dieses Prototype-Attribut zu verwenden, ja. Und hier kannst du sagen, hello, ist gleich Function, ja. Wo du, äh, im Prinzip das machst, hier dasselbe auf der Konsole auszugeben. Mit dem dis kannst du hier ebenfalls arbeiten. Der erkennt das hier sehr gut, dass dieses dis, ja, das, äh, verweist ja auf diese Frucht, also auf dieses Objekt, ja. Was du dann daraus ja auch stellst. Dann funktioniert das schon sehr gut. Wenn ich jetzt hier sage, im Terminal, node-app.js, und mir das mal ausgebe, funktioniert das hier immer noch, ja. Hallo, ich bin eine Banane, eine Kiwi und eine Orange. Und aber das, äh, Objekt an sich, ja, hat nicht mehr, also es hat nicht mehr jedes Objekt diese Funktion hello, sondern die teilen sich alle ein und dieselbe Funktion. Die ist dann nicht doppelt, dreifach oder tausendfach vorhanden, ne, im Speicher, wenn du daraus Objekte erstellst. Das ist schon mal wesentlich besser. Was, was, was kann man noch machen? Es gibt auch noch andere, äh, Art und Weise, wie du das Ganze hier anlegen kannst. Ich kommentiere das mal wieder aus, ja. Eine weitere Möglichkeit wäre in dem Sinne, direkt eine Klasse anzulegen, ja. Klar, so sieht das denn aus. Dann brauchst du einen Constructor, ja, äh, welchen du, äh, Werte übergeben kannst. Ja, wie zum Beispiel hier diesen Namen wieder, ja. Ja, da könntest du sagen, wieder mit dis, Name, kann sie dieses Property setzen. Du könntest aber auch hier wieder den Fehler machen, ja, äh, und hier eine Funktion anlegen, auf diese Art und Weise, welche hier wieder dieses Console.log ausgibt. Hier, mit dis, Name, also im Prinzip das Gleiche. Ich speichere mal. Hier brauchst du wieder das Keyword New, um daraus aus dieser Klasse ein Objekt zu generieren, ja. Testen wir mal. Ich cleare mal. Führe das nochmal aus. Und, dasselbe Brei. In dem Fall hier, Opsalat. Du hast jetzt hier aber die Möglichkeit zu sagen, du legst das nicht hier in diesem Constructor an, sondern hier als separate, also als Funktion hier unten, ganz normal, so als Funktion, ja, das geht. Und ich tue mir das mal auskommentieren, zack. Und führe das Console.log hier aus. Hier, auf diese Art und Weise. Dann hat das denselben Effekt wie hier das mit diesem Prototype, ja. Ich führe das mal wieder aus. Ich cleare vorher mal. Ja, so. Führe das aus. Und, hallo, ich bin eine Banane, eine Kiwi, eine Orange. Und die Objekte, die ich daraus erstelle, teilen sich ein und dieselbe Methode. Die ein und dieselbe Funktion. Und die ist nicht wieder zweifach, dreifach, tausendfach im Speicher vorhanden. So musst du es machen, ja. Okay. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, gebe doch einen Daumen nach oben. Ansonsten empfehle ich für immer das nächste Video. Bis gleich.